Wie die Facebook-Seite von Norman Lang vor einigen Augenblicken mitteilte, ist der beliebte Sänger zusammen mit seinem Management und seiner Technik auf dem Weg nach Linz. Dort hatte das Team einen Auffahrunfall auf der A3. Da der Empfang leider sehr schlecht war, dauerte es einige Schreckminuten, bis in Warnung gegeben werden konnte. Gott sei Dank hatte der Unfall nur einen kleinen Blechschaden zur Folge. Sebastian Wurt, Nico Schwarz, seht ihr beim Partyprinz. Partyprinz. Partyprinz, juhu!